Hi. Als ich mich im März bei Insta angemeldet habe, wollte ich eigentlich nur ein paar Freunde zu einer Jugendfreizeit einladen. Aber dann ging es mir, wie dir wahrscheinlich auch, und es kam einfach alles anders. Nun hatte ich einmal den Account und noch dazu tolle Menschen, die mir gezeigt haben, was man damit alles machen kann. Seitdem ist echt viel passiert. Ich habe jede Menge Leute mit besonderen Talenten kennengelernt und erlebt, wie sie sich öffnen und über sich und ihren Glauben sprechen. Und ich durfte sogar KonfirmantInnen in ihrem ersten Jahr in der Jugend begleiten und ich sage dir, es war kein einfacher Start für sie. Wahrscheinlich hätte niemand für dieses verrückte Jahr ein Drehbuch schreiben können, denn so ein 2020 konnte sich bestimmt keiner von uns ausdenken. Aber irgendwie bin ich Gott auch unglaublich dankbar dafür, dass alles anders kam, denn sonst hätte ich dich nicht kennengelernt. Dieses Jahr hat mich daran erinnert, was da draußen für tolle Menschen unterwegs sind. Und dass es eine Hoffnung gibt, die uns alle vereint, egal wie unterschiedlich wir sind. Also danke für dein Mitmachen. Danke für den Austausch und die Inspiration. See you in 2021. Möge die Macht Gottes mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht mit dir sein.